das ist gerade irgendwie meine hauptsorge sammeln wir mal steaks ein und suchen ihn dann gleich so hier ist er schon mal nicht ich höre ihn aber ganz leise ich glaube da drin ja der ist der hat sich da irgendwie einsperren lassen das ist nicht so toll jetzt muss ich dir da irgendwie raus lotsen ich gucke mich mal kurz um also ich sammle hier die pfeile ein ob hier sonst noch irgendwas rumläuft was garstig sein könnte und uns in den rücken fallen da ist er ja komm gib mir mal den blauen kristall hier ich speichere noch mal sicherheitshalber einfach über die 127 drüber so so jetzt müssen wir nur noch den ratten loswerden so da müssen wir wieder den weg der schnecke gehen wir haben es auf jeden fall geschafft ihn einzufrieren genau bewegt er erst einmal weg obwohl wir haben vielleicht hier genug platz zum tanzen hier müssen wir definitiv ein bisschen vorsichtiger vorgehen und eigentlich hofft dass wir ihn einfrieren so genau er ist wieder wach war das war knapp das war noch klapper out of energy also vor dem habe ich einen gewissen respekt vor dem typen immer noch out of energy ja aber das hat gut gesessen und du hast keine energietränke mehr du kannst aber bane aufladen so und critical und weg so eine nachricht an das mächtigste und gefürchtetste biest von allen mögest du wissen dass die eindringlinge schuld sind am tod deines zwillingsbruders sie kamen vor nicht allzu langer zeit auf die insel und sind schon längst ein ärgernis geworden sammelt deinesgleichen und kümmert dich um sie ja sehr schamant wirklich sehr schamant so tränke brauen manertrank trinken manertrank trinken manertrank manertrank den sack zumachen noch ein manertrank noch ein manertrank heiltrank 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 noch einer noch einer und ich bin irgendwie nicht so wirklich überzeugt vom bogen deswegen bolzen auch wenn wir nur noch 17 stück haben geht's gleich hier wieder los mit spinnen äh ja gleich mal daneben schlagen ständig so das trifft aber und jetzt rennt er weg sehr schön wenn du weg rennst so da sind wir raus geflüchtet da will ich aber gar nicht raus hier ist eingestürzt okay ich wollte gerade sagen hoffentlich sind nicht die gesamten kristallminen jetzt irgendwie eingestürzt aber nein sind sie scheinbar nicht hier sind soweit ich weiß auch spinnen respawnt oder neue gespawnt das könnte jetzt ein fehler sein hier zu stehen und zu kämpfen weil gleich die andere spinne mir in den rücken fällt oder auch nicht ey komm her so gleich mal mana wieder auffrischen dass es nicht zu lange dauert oder die wird zu viel ähm so ein bolzen ich hatte mal 23 so okay auf dieser etage sind wir wohl wieder spinnenfrei hoffe ich mal werden wir ja gleich sehen wenn wir darüber gehen ähm hier lang oder nein darüber müssen wir hier lang genau wir könnten theoretisch den weg nehmen da sind wir etwas schneller als wenn wir ständig außen rum laufen hier war ja nichts gell nein weiter unten habe ich was gesehen also hier auf der etage habe ich aber hier und einmal hier was gesehen ach so das hier sind diese nischen ok also das ist schon mal nichts die sehen alle irgendwie etwas komisch aus ich nehme nämlich nicht an dass die irgendwie hoch klappen nö ach ein gift kraut und ja ich glaube das ist ein gift kraut kein gegen gift kraut ich merke mir das irgendwie nie richtig ich mache das dann immer mit rumprobieren so und hier müssten wir theoretisch runter wo ich sehe schon mal ein knopf und da hinten geht was auf sehr schön komm tome of health äh kriegst du die ne du guckst erstmal was zu essen tome of health die kriegt mal da ihr beide schon mehr als genug health habt kriegst du das mal So, und jetzt geht's dann halt hier runter. Climbing down. Hey, Stacheln? Stacheln. Ach ja, und ich höre die Spinnen von der anderen Seite aus. Okay. Das hat mir jetzt nicht wirklich was gebracht. Ich muss da vorne runterklettern. Äh, nee, so muss ich mich hinstellen. So, hier muss ich runterklettern. Au. Irgendwas muss noch aufgegangen sein, jetzt, da ich den Hebel umgelegt habe. Nur der Teleporter nach oben. Okay. Dann halten wir hier mal ein Nickerchen. Klettern wieder nach unten. Au. Und wir dürfen nicht stehen bleiben. Ah. Okay, Secret. Archmage Lofos und ein Blue Crystal. Okay, Archmage Lofos sind für dich. Und das nehme ich mal einen Mana Boost. Stats. Hm, auch schöne Stats gibt der. Willpower und Protection gibt einen schönen Mana Boost. So. Äh, hat jetzt wieder raus hier. Ja, gehen wir einfach so wieder rum. Ich bin mal mutig. Der Mut war schlecht. Glaub ich. Habe ich noch eine Anti-Venom? Nein, habe ich nicht. Noch eine Weile hält sie es, glaube ich, durch. Mit dem, ohne Anti-Venom. So, eine ist weg. So. Du, was ist mit dir? Es wird dunkel. So. Und weg. Da ist noch eine. Das Gift hält noch an. Könnte das irgendwann mal aufhören. Ich hätte eigentlich trotzdem liebend gerne meine Bolzen wieder. Ich weiß aber gar nicht, wo ich die verballert habe. Ich glaube, hier auf dem Weg nach hinten hatte ich auch ein paar verballert. So, heilen wir uns mal kurz hier. Und speichern auch gleich. LP-128. So. Ich weiß nicht, ich hätte schwören können. Ich habe sie hier unten verballert. Irgendwo. Oder habe ich sie gegen die Crawbirds verballert? Naja gut, 17 Bolzen. Ah, da liegt noch einer. 18 Bolzen. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielen Dank.